Das stimmt. Yo, Valeria, ich hab den Grouch-Schafter gefunden, ne? Ja. Der ist um die Kranke, der ist gegen Blitzer gefahren und ist rausgefallen. Ah, liegt am Boden. Karma für den Grouch, ne? Oh, ja, das ist... Ja, ja. Hier hinten auch, oder nicht? Die Autos mit den Verletzten kommt schon mal raus, vor Eingang. Wo denn hin jetzt? Wohin? Sag mal. Am Eingang liegen zwei Stück. Ja, ich komm... Nein, nicht doof. Ich kann das nicht machen. Ich legen sie auf, ich kann nicht auflegen. Ich kann umgehen. Oh mein Gott. Wir sind jetzt östlich, diese Baustelle, immer noch umgehen. Bitte mich nicht umfahren. Ja, Mann, danke. Danke. Danke, gut gemacht. Ja, wir haben ebenfalls durch den Glück. Wir haben die Liederschaft. Wir haben die Liederschaft. Wir sind mit zwei Mann hinten. Oh nein, ey, Leute, die Pizze zu viel, die Pizze zu viel. Egal, alle drauf, alle drauf, bis dahin drauf, bis dahin drauf ist. Wir haben zwei Autos hinten an den Schienen verloren. So, komm weiter. Ich kann mir nicht sagen, wenn es mir nicht gut geht, ne? Ey, komm, zieh uns ja nicht zu sehr auf, Liederschaft. Kommt her, komm her. Mach auf. Holt ihn, der streckt aus. Der ist down, der ist down. Wo seid ihr, wo seid ihr? Liederschaft, wir sind immer nach oben. Komm mal, komm mal, komm mal. Die sind jetzt im Osten, die sind gegenüber von uns auf dem Berg. Das ist gut. Das heißt, wenn ich Auto-Match einfach zur Navy stellt, ne? 8, 7, 8, 6, 2. Du gehörst zu uns, Cutter. Oh nein. Bitte. 8, 6, 2, Ben-Handis. Was ist das denn? Den rum kenn ich grad nicht. Ich hoffe, wir hatten einen schönen Stream. Ähm. Oh. Ja, danke. Danke für den coolen Stream. Stream, Cutter. Sie hatten einen super Stream. Ja, chilliger Stream, Bro. Ich bin doch extra hier gegangen, aber ich habe vergessen, dass ich schreie, Alter. Du darfst nicht schreien, Mann. Ich habe ja einen schönen Stream. Ja, der hat echt gut aus. Darum stehst du nochmal auf? Ja. Halt rein auf die Fahrer. Cycle unter T20 auf dem Highway. Auf dem Sportdach ist einer, auf dem Sportdach ist einer. Leg, leg, leg. Der ist immer noch auf dem Sportdach. Sportdach lebt. Rot ist immer noch auf dem Sportdach. Der ist jetzt hier das Stand dort. Intercity HVPD ist heute. Ich gehe nur für eine andere Sache. Aber ey. Dann heißest sie hier im Namen des Familienrates und des Dons. Herzlich Willkommen in unserer Familie. Familie. gratis und wenn wir noch ein minuto gut ob du machst die einweisung mache ich wunderbar das kann nicht so schwer sein ich habe ich abgemacht vom live-wader der snecke der snecke was machst du ist so fertig die gewährte jetzt mal jetzt mal hat aufs herzen sind so groß mein kleiner finger der größte lappenmann wie redest du alter wie redest du mal ich bin es abdel ist mir das handy hinter meinem rücken bei taste du lässt dass du das nicht so kleiner pisser das hätte ich von dir nicht erwartet ist noch auf der bad unterwegs ich hoffe du legst dich jetzt hin ja dumm wieder vielleicht ist da nur irgendwo einer der was die bergziege spielt kommen die hände nach oben das fahrzeug aussteigen vor das fahrzeug ist ein abmarsch nach hinten reinziehen wenn er nicht selber die hand der blauen wir gucken uns das mann dies aber wie gesagt wenn jetzt hier helfen wir anfahren ja packt ihn jetzt einig diskutieren einpacken einpacken schnell fahren jetzt zwei sportler richtung das war so ein auto halber waff nur ranfahren jetzt hier ab jetzt zwei super sportler schwarz noch mal einen schaffter ranfahren auto auf rein setzen ach die kacke muss das immer sein was genau bei ja ja ich küsse dein herz am tag erstmal hier die leute überfahren und dann ganz schnell ins anwesend rein rennen die kleinen pussis jungen was ist das was ist das was ist das einfach nicht die türen auf ganz einfach ihr könnt wenn die türen abgeschlossen sind die sind so schlecht sekund tv dankeschön für den host kuss geht raus was können die ice main dankeschön für den sub die türen auf schießen die türen auf schießen die können durch die türen durchschießen jungs kommt hier raus jetzt hier macht mal die türen auf was soll das die türen ist offen komm jungs die türen auf nehmen was geht ich krinche hey die sind voll rechts die reiten die reiten zurück also trotzdem die autos ihr macht das gut man ja drafted bleibt mal hier ja java redest du triaden for life triaden for life triaden 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 ja was habt ihr das gehört ja achso ich hab mit meiner mutter telefoniert ausland was habt ihr alles gehört ja 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 ey nichts gegen meine mutter ja 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 arbeiten schon so gut verlebt und er hat so lebt damit sollte man jetzt ging ich wieder nicht uge einfach auf ich sag euch ehrlich und das ist ein fakt 14 k triaden digga dürften die mit 20 man agieren würden die die lc auseinander penetrieren diese 14 k triaden digga das sind richtig kleine wichser digga die gehen richtig ab der einschaffter fährt aus einschaffte leute nicht aufhanden auf push die am besten einfach von recht von alle seiten von alle seiten kommt hinter euch hinter euch scheiße scheiße ich muss feste ziehen aber ich kann nicht mein gott die liegen wir leben jawoll ist jetzt ein revolter ausgestiegen richtung grünfläche gelaufen oh mein gott das war so knapp wir sind aus der grünfläche von händen wir ziehen zwei ihr hohen so ich bin dauer klimat hörte auf zu beleidigen alter haben ja mein gott Die Fahrt auf Road Clip that Wir bringen ihn jetzt wieder runter mit den Fahrzeugen Wir fahren wieder den Clip that